Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Ähm, ja, ich komme gerade aus meiner Runde, die ich gerade aufgenommen habe und ich habe mir das Video kurz nochmal angeguckt und musste dann erschreckenderweise feststellen, dass ich auf einer relativ hohen Streak gestorben bin. Ähm, ja, ich hab's einfach gar nicht gecheckt und, ähm, jeder von euch wird erstmal denken, Alter, oh mein Gott, ist der blöd, Mann, ey, wieso macht er das nicht? Und, ja, aber ihr werdet's gleich selber sehen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und habt noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Yo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge Schwitzen mit jeder Waffe. Ähm, ja, ich bin hier gerade auf Stronghold, die Map hat auch gerade erst angefangen. Und, mal gucken, ich weiß jetzt nicht, was die Gegner so können, vielleicht werden sie uns abwarten, vielleicht auch nicht. Ich hab, keine Ahnung. Wir machen hier auf jeden Fall schon mal ein paar Punkte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das ist ja schon heftig on fire, Mann. What? Oben ist auf jeden Fall einer. Okay, mein Mate holt sich den. Korrekt, Mann. Jo, ich hab das, äh, den Hater dabei. Raps. Und das Mutterschiff. Und, jo, ich würd einfach mal sagen, gucken wir mal, was hier so geht. Oder war noch einer, Alter, ich weiß es. Er ist der beste Spieler. Er ist auf jeden Fall der beste Spieler der Welt, Alter. Okay, einer kommt auf A, den holen wir uns jetzt mal erst mal. Moin. So. Okay, ein Tod ist kein Tod, will ich mal sagen. Auf geht's. Ah, da geht was. Ich glaub, die Lobby ist ziemlich nice, Alter. Ah, wenn wir A verlieren, können wir uns ja C holen. Quasi. Easy Snack? Okay, korrekt. Digga, oh mein Gott, er kassiert den Turn-On, Alter. Alter, das hab ich jetzt nicht gecheckt, was. Alter. Ich dachte, er wär safe call weg gewesen. Ah, okay, alles klar. Gehen wir mal auf jeden Fall auf A. Aber wir müssen ja schnell mal hier den Orbi klar machen. Nice, den haben wir gesehen. Alles klar, Alter, wir haben ja A schon mal. Raps haben wir auch. Alter, läuft das gerade gut, Mann. Digga, was ist hier los mit den Gegnern, Alter? Die checken ja gar nichts. What the fuck, Alter? Easy life, Alter. What? Wir haben gleich schon wieder Orbi, Mann. Er hat locker die Tausender Prezi jetzt gleich. Ey, ich check gar nicht, wo er hinläuft. Wo läuft der überhaupt hin? Okay, wir laufen im Kreis. Chillig, Mann. Erstmal eine M8 noch am Start. Gehen wir den One Burst. Oh mein Gott. Oh, mein Mate macht einen Hater. Korrekt, Alter. Haben wir? Oh, Feindaufgabe. Ja, alles klar. Ja, von mir aus machen wir eine Feindaufgabe hier. Oh, haha. Ja, war auf jeden Fall nice gemacht. Wir könnten ja quasi auch noch das Mutterschiff raushauen. Und ich meine, habe ich gesagt, ich habe noch ein Mutterschiff? Ja, chillig, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, haben wir die Gegner auf jeden Fall mal gut auseinandergenommen. Vielleicht spawnen ja gleich nochmal ein paar Gegner. Ich warte einfach mal noch die nächste Halbzeit ab und... Falls da nichts mehr kommt, ist die Runde auch schon vorbei. Und ich würde sagen, ja, 20-1 kann man so lassen, ne? Nichts so arm. Aber da kommt einer rein. Who knows? Who knows, ob da noch ein paar kommen. Crazy Demon ist gequittet. Na toll. Ha, er spielt mit einem Perk. Okay, von mir war es 3000 Punkte. Ja, ich finde es gerade echt schade. Aber es kommen Leute rein. Wie es aussieht, kommen echt Leute rein. Ach, er fragt, ob ich hier ein Streak bin, Alter. Should you give your kills? Ja, wäre nice, ne? Gucken wir mal. Moin. Hi. Nice, wir haben wieder Gegner. Alles klar, Mann. Das ist doch nice. Machen wir nochmal ein paar Raps raus. Ach, die chillen alle hier hinten drin, bestimmt. What? Hey, Mates, what are you doing? Hi. Irgendwo müssen doch jetzt hier auch gleich mal wieder ein paar Gegner rum chillen, Alter. Oder? Da oben chillen 2 Dann haben wir halt mal A noch mit. Hauptsache er hat einfach auch KR-Einheit am Start Okay A. Das wird auf jeden Fall mal mein Spot jetzt Ich kann auf jeden Fall jedem von euch die KN sowas von ans Herz legen Die ist mega nice. Macht Ultra Bock zu spielen Ist halt so ultra genau. Erinnert mich so ein bisschen an die ACR oder so Haben wir auch. Jetzt haben wir gleich wieder Hater. Oh die spawnen alle hier hinten Er sweatet richtig. Er sweatet richtig. Er wird uns holen. Er wird uns holen Loi was machst du denn da du kleiner Kleiner Boy Loi was? Ich hab ihn zweimal geboxt Das interessiert ihn einfach gar nicht. Okay. Von mir aus machen wir Mutterschiff 44,2 Alles klar Aber als der eine da mit mir gemacht hat Gerade das war echt nicht real Ja ich sag alles klar Und Jo ich würd sagen Die erste Halbzeit war auf jeden Fall mega nice Ich hab ja nur Raps eingesetzt Ich mein Das war auch noch ein coolen Move Auf jeden Fall Jo komm Da geht noch was Mach ihn doch Erstmal die Armbrust abchecken Ja er ist am lachen Ja man Der Boy Nice Ja würde ich sagen Bewerten und kommentieren nicht vergessen Wie man das so schön sagt Und würde ich mich auf jeden Fall freuen Wenn ihr irgendwas kommentiert oder so Ich versuche auch immer die Kommentare zu beantworten Und dann würde ich einfach sagen Haut rein Hab noch einen schönen Tag Und bis zur nächsten Folge Und Tschüss 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 Tschüss